Hey, ich bin der alte Ossisack und lasse den Obergenossen Honecker heute mal einen von seinen heimlichen Lieblingswitzen erzählen. Ein Lkw mit Langholz wird auf der Landstraße von der deutschen Volkspolizei angehalten, weil er ein Bild von mir, dem einzigen und echten Erich Honecker, an den längsten Stamm genagelt hat. Der Volkspolizist geht zum Lkw-Fahrer, um zu fragen, was das denn darstelle. Nun ja, sagt der Lkw-Fahrer, da ich Überlänge habe, muss ich ja als Warnung einen roten Lappen am Ende befestigen.